Ja, nochmal zur allgemeinen Information. Zum Fukushima-Jahrestag ist einiges geplant. Die Atombewegung plant drei große Demonstrationen an drei verschiedenen AKWs hier in Deutschland. Wir in Berlin, wir werden auch eine Aktion zum Jahrestag direkt am Montag machen. Weiteres lest bitte bei uns auf der Seite nach. Und ja, schließt uns halt auch an und unterstützt uns weiter, so nett wie heute. Danke.